so leute da bin ich auch schon wieder zurück mit dem zweiten alien artefakt artefakt wenn ihr das erste verpasst habt guckt einfach bitte auf meinem kanal vorbei denn da habe ich es hochgeladen das erste befindet sich halt hier oben links würde mich freuen wenn ihr da auch noch ein bisschen support da lassen würde nämlich ihr wisst ja das haus bezahlt nicht von alleine nein quatsch alles gut wie gesagt ich freue mich über jeden der überhaupt supportet weil ich denke mal da ich gerade von der arbeit kommen bin ich sowieso eine der letzten der das hochlädt und wo sehen wir das artefakt ihr seht schon hier unten und werde ich alleine landen natürlich nicht so nur damit ihr genau seht wo es ist es ist genau bei plassenpark beim wächterturm und da ist das gute stück zack alle vier eingesammelt und so easy holt ihr euch halt die nächsten artefakte gerade gucken ob ich hier noch schnell irgendeinen kill abstauben kann aber sieht keiner der hier hin will dann muss ich mir das huhn mitholen ihr wisst ja immer schön das fleisch aufsammeln schön die tiere mitnehmen denn auch so bekommt ihr natürlich die stempelkarten voll und in dem sinne würde ich sagen erstmal vergesst nicht ein like da zu lassen wenn noch kein abonnent ist gerne ein abonnent raushauen und in dem sinne euch auf jeden fall viel spaß noch beim leveln vor allem beim artefakte einsammeln und haut rein